Hallo und herzlich willkommen zu den Campus Shorts. Herzlich willkommen zu etwas eisigen Ausgabe von Campus TV. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Couch & Gas. Hallo. Ein Traum. Ein Traum und mit dieser Körperspannung. Das macht der Anzug, der ist ein bisschen straff und da taucht er ein ins Wasser. Ich finde, das hat schon ein bisschen was. Wenn man im Leistungssport ganz oben mitmachen will, ist man ziemlich viel mit sich selbst beschäftigt. Das war ich ziemlich lange Jahre. Naja, so ein bisschen versuche ich auch Sachsen-Anhalt und Magdeburg was zurückzugeben. Ich finde, das ist ein bisschen versuche ich auch nicht. Ich finde, das ist ein bisschen versuche ich auch nicht. Ich finde, das ist ein bisschen versuche ich auch nicht. Dankeschön fürs Zuschauen. Also schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein zu Campus Shorts. Tschüss. Mit uns soll es das für heute schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Start in einen warmen Frühling und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Untersuch. Hajduk. Sch asked.